Hallo und willkommen zurück zum C-Sharp Tutorial. In dieser Episode geht es um ein, ich sag mal, recht einfaches Thema, und zwar Kommentare. Das ist ein Thema, das erstmal recht unscheinbar wirkt und, ja, ich sag mal vielleicht doch auf den ersten Blick, so als könnte man es gut vernachlässigen, denn Kommentare ändern den Programmfluss nicht. Das heißt, mit Kommentaren kann ich das Programm selbst eigentlich nicht ändern. Kommentare sind an sich eigentlich nur eine Unterstützung für den Entwickler, beziehungsweise auch für andere Entwickler, wenn sie mit dem gleichen Code arbeiten. Aber deshalb sind Kommentare auch gar nicht mal so unwichtig. Man sollte sie auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ich zeige euch jetzt erst einmal, wie man Kommentare überhaupt erstmal macht und danach sage ich ein paar Worte dazu, wie man Kommentare dann sinnvoll verwendet. Also, dann fangen wir an. Ich mache mal eine Zeile int x ist gleich 5 und hier hinter sage ich jetzt einfach mal slash slash. Ich erstelle einen Integer mit dem Wert 5. Und das ist im Prinzip jetzt auch schon ein Kommentar. Mit diesen zwei Schrägstrichen hier leiten wir einen Kommentar ein und das ist dann nämlich ein einseiliger Kommentar. Und dann kann ich hier hinter sagen, dass ich eine Nachricht schreibe. Das Leerzeichen muss übrigens theoretisch nicht sein, macht man aber gerne. Aber ihr seht, ich kann es auch wegmachen. Und ansonsten alles, was dann hier hinter steht, das kann ich im Prinzip schreiben, wie ich will. Da gibt es keine Konvention. Beziehungsweise C-Sharp meckert nicht rum, wenn wir da irgendwelchen Mist schreiben. Also ich kann genauso gut das hier schreiben. Ist aber sinnfrei, deswegen machen wir lieber das hier. Genauso gut kann ich ein einseiliger Kommentar auch so machen, dass er eine ganze Zeile ausfüllt. Also ich kann hier zum Beispiel da oben sagen, hier steht ein einseiliger Kommentar. Ausrufezeichen. Ist das gleiche Prinzip. Es gilt einfach, sobald man die zwei Schrägstriche macht, ist alles, was dahinter steht, bis zum Ende der Zeile Kommentar. So und die zweite Variante sind dann mehrzeilige Kommentare. Dafür mache ich hier zum Beispiel ein Slash Sternchen. Kann dann hier ein paar Zeilen machen und mache dann Sternchen Slash, um das Ganze zu beenden. Ihr seht, Visual Studio macht hier automatisch überall Sternchen jetzt in die Zeilen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich könnte die hier auch wegmachen und hier jetzt meinen Kommentar schreiben. Und dann schreibe ich hier, hier steht ein Kommentar, der über mehrere Zeilen geht. So und das ist an sich auch schon die ganze Magie. So funktionieren Kommentare. Das Ganze muss übrigens hier nicht unbedingt in der Main sein. Die Kommentare könnt ihr überall machen. Also ich kann zum Beispiel auch hier oben hingehen und hier einen weiteren Kommentar hinschreiben. Okay, das ist im Prinzip auch schon alles, was man dazu sagen kann, wie Kommentare an sich funktionieren. Also das sind die beiden wichtigsten Varianten erst einmal für euch. Mehrzeilige Kommentare und einzeilige Kommentare. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wann, wie und wo ihr kommentieren sollt. Ich sage mal, so eine pauschale Regel gibt es da jetzt nicht. Ich kann aber generell schon mal sagen, der Kommentar, den ich hier geschrieben habe, der ist schlecht. Ich habe hier geschrieben, ich erstelle einen Integer mit dem Wert 5. Das Gleiche kann man auch einfach ablesen, wenn man sich die linke Zeile hier anguckt. Das muss ich da nicht hinschreiben. Das ist viel mehr Text, braucht viel länger, bis man es gelesen hat, als einfach diese Zeile sich anzugucken und jeder Programmierer sieht, dass ich einen Integer mit dem Wert 5 erstelle. Und hier steckt dann sogar noch die Information drin, dass die Variable dahinter x heißt. Was dann hier zum Beispiel nicht drin steht. Also Fazit, damit habe ich mehr Informationen als damit. Deswegen, ihr müsst nicht kommentieren, was ihr genau im Code schreibt. Also wenn ihr zum Beispiel hier jetzt die Berechnung habt, float Result ist gleich 3,14159265 mal 7. Beziehungsweise wir machen uns das Ganze mal einfach. Wir nehmen mal kein Float, sondern ein Double. Sonst müsste man hier ja noch casten. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier haben. Falls ihr die Formel kennt, erkennt man erst einmal, dass ich hier noch was vergessen habe, mal 7 mal 7. Das müssen wir zweimal machen. Aber jetzt, falls ihr die Formel dahinter kennt, was bei vielen von euch bestimmter Fall sein wird, aber nicht bei allen, dann erkennt ihr ja an sich, das hier ist Pi. Das hier wäre dann der Radius. Das heißt, das Ganze ist eine Kreisberechnung. Ich berechne hier gerade den Flächeninhalt. Wenn jemand aber jetzt die Formel nicht kennt, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, an der Stelle einen Kommentar zu schreiben. Hier wird der Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius 7 berechnet. Denn ich sage mal, aus dem Code geht diese Information jetzt nicht unbedingt hervor, außer man kennt einfach die Formel und erkennt, dass das hier Pi ist. Also das hier wäre zum Beispiel ein sinnvoller Kommentar. Was man dazu dann aber noch mal sagen sollte, in der Praxis wäre es dann meistens besser, wenn ihr Kommentare auch auf Englisch verfasst und natürlich immer so kurz haltet wie möglich. Man will keinen Roman dahinter stehen haben, sondern eine kurze Erklärung. Ich habe es jetzt an der Stelle auf Deutsch gemacht, einfach um das Grundprinzip zu zeigen, aber in richtigen Projekten macht man eigentlich immer alles auf Englisch. Variablen Namen sind Englisch und Kommentare dann eigentlich auch. Um es nochmal zusammenzufassen, wann ihr jetzt kommentieren sollt und wann nicht, um da so eine pauschale Regel mal zu geben. Wenn ihr jetzt nach vier Wochen euren Code wieder anguckt und zwischendurch euch nicht mit dem beschäftigt habt, würdet ihr den Code noch verstehen? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, schreibt einen Kommentar, der dann die Sachen, die ihr meint, dass ihr sie nicht mehr unbedingt verstehen würdet, erklärt. Das ist denke ich mal erstmal eine ganz gute pauschale Regel, mit der man arbeiten kann. Okay, das soll es dann aber für heute auch schon wieder gewesen sein. Wenn noch Fragen dazu sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!